Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich aus Wasser Wein machen kann, aber ich kann aus Wasser Kaffee machen. Boom, Jesus, in your face! Was? Meine Frau dekoriert zu Weihnachten. Heute ist es soweit. Allerdings nur ein bisschen. Das ist doch nicht viel. Ganz, ganz, ganz wenig. Ist klar. Und da kommt der Helfershelfer. Schatz? Ja? Was ist der Unterschied zwischen dir und dem Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum sieht auch mit Licht besser aus. Boah! Schatz, was hältst du da von mir an den Kindern zu Weihnachten noch Lego kaufen? Ich habe da so eine Lego-Burg gefunden. Ich kann zwar den Mund halten, zu einem Thema, wo ich nichts zu sagen will, aber den Untertitel kann man ganz deutlich an meinen Gesichtsabdruck ablesen. Hallo Papa, ich habe jetzt ein Weihnachtsgeschenk für Mama gekauft. Ui, was hast du denn gekauft? Ein Volli. Okay, in welcher Größe denn? S. Und wenn du nach Weihnachten keinen Streit mit Mama haben willst, dann würde ich M nehmen. Geh lieber und tausch ihn um. Okay, ich bin gleich wieder dran. Ja.